So, was darfst du denn sein? Ähm... Burger? Cheeseburger? Kriegst du das hin? Oder isst du den auf, bevor du ihn fertig kriegst? Krieg das hin? Wo gehst du hin? Ich geh mit ihm nach Hause. Ich nehm ihn mit. Aber ne Tresor? Nein, nein, ich hab meinen Schatz. Perfekt, jetzt passt es. Ich hab grad meinen Fußboden... Äh... Fußboden abgeleckt. Ich hab meinen Fußboden angebracht. Hallo. Du bist auch hier. Ich bin auch hier. Äh, bräuchte ich nen Kamer. Ah! Deine eine. Komm hoch her. Und? Wie war die Arbeit? Naja, du weißt. Ketten bauen und so. Ich glaub das Auto ist ein Meimer. Ich glaub das Auto ist ein Meimer. Mein Spiel ist... Spiel ist alles nix. Jetzt blatt um... Warum ist das nicht so schießwürdig? Was machst du hier? Müssen wir da rein? Wir müssen da rein. What the fuck, alter Rinder? Ja, meister. Was? Was hast du da grad gesagt? Bin ich jetzt mehr Elon? Was hast du gesagt? Nein. Dein Mutti, nein. Elon schlagt doch nicht den Hard Dog man. Ah! Deine Femini... 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 Warum bist du tot, Mann? Hilfe steck im Boden. Brauch ein bisschen Spezialhilfe hier. Elon, nein. Komm her. Ok, jetzt geht's los. Ich will ne Hard Dog machen. Ich fährst. Ich fährst. Ich fährst. Die Steuerung ist invertiert. Und hier wird jemand ge-wippt. Und ge-nay-nay'd. Und dann Synchron-Sprung, Alter. Geil. Wirst du noch mal angefangen? Ja, Mensch, die Oma hat mir jetzt Bullen gegeben. Ja, fang. Was? Ich hab einen. Wie geht's mit dem? Wie das hin? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt dieses Gebäude hier kaufen. Ah! So, was geht's. Just lay back and enjoy. Hey, Oleg. Wie er ihn weggehauen hat. Alter. Hallo? Oleg hat ausgeholt, Alter. Warte, ich hab ne Hupe. Ja. Ich steck fest. Hier rein. Sehr gut. Frau Higgam. Das müssen Schlimm pensieren. W-Vers, die Steuerung ist jetztasilburglich nicht so schwer, ganz ehrlich. Wir haben die WGs haben. Panik gekriegt. Panik? W caractereser 3 Was ist das? WTF? Kannst du bitte Ilan hochhelfen? Ja, personally. Ich brimme alles vorange. Wohin geht's haben wir ein paar Geld abgeben Hey was war das denn? Was hast du gemacht? Wo bist du hin? Wir sind hier Wtf Wtf Tag Officer Tag Officer Was geht jetzt? Was Officer wir gehen jetzt wohin? Wo bringst du ihn hin? Um die Ecke Oh Johnny Los Elon Ich bin drin Gib komm her Ich hab ihren Vater reingefunden Fuck Alter Ich hab ein Auto Der Kardinal da oben Lauf 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 Fährt er über mich? Hehehe 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 Hehlern Feuer Warte brennt Biers ist draufgegen Oh no Biers Anyway Okay fahr Wuhu Ich krieg aus Wuhu 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 Ich kann mir hier lange lernen zu tun In den Reaktor rein Okay lass geht Yeeeah Boi Yeeeah Bitte sag mir du nimmst den Fallschirm Hehehe Hehehe Hat wir beide die Selfie Idee, Alter Hehehe Soll ich noch einsteigen? Na die muss die Katze beruhigen Mein eigenes Auto, ne? Kannst du mir mal helfen hier? Ja Danke Sag mal Hier fang mal die Raketen Schau mal hinter dich What the fuck Hehehe 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 Ich weiß nicht Ich glaub er hat's eilig Wir nimmst du mit Eilig, alles klar Los geht's nào Ich baere Ich baere Ich baere Ich baere Chau mal Dreh Ich baere Das ist Dreh Dreh Ich baere Ich baere Dreh Dreh Für